Hallo ihr Lieben, ihr seht schon, ich habe heute die Leinwand wieder rausgekramt und ich habe Makrameegarn. Ich mag das Makrameegarn ja sowieso sehr, sehr gerne, weil ich das sehr schön auch zum Basteln finde und Makramee ja sowieso, auch wenn ich es viel zu wenig mache. Und genau, ich hatte eine Inspiration auf Pinterest gesehen. Ich habe leider das Foto nicht mehr, muss ich dazu sagen, aber ich fand das wirklich sehr, sehr schön, was da gemacht wurde und habe dann einfach gedacht, das probiere ich aus. Ich habe mir also Bastelkleber genommen und ich habe Makrameegarn und dann eben erst mal die Leinwand. Und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt hier die Flasche. Das war unglaublich anstrengend, mit den Händen das Ganze rauszudrücken. Wie gesagt, mich verfolgen ja schon manche vielleicht ein bisschen länger. Ich habe einfach immer sehr, sehr wenig Kraft in den Händen. Das hatte ich noch nie wirklich. Selbst als Kind irgendwie, ich war eher der, die Muskelkraft in den Beinen hatte als in den Händen. Und bin dadurch dann später auf das Malen mit dem Pinsel. Also, dass ich dort die Grundlage letztendlich den Kleber mit dem Pinsel aufgetragen habe und nicht mit der Flasche letztendlich selbst. Seht ihr aber auch gleich noch, nur damit ihr es schon mal wisst, dass das gar nicht so einfach war, jetzt einfach das aus der Flasche zu drücken. Es gibt natürlich auch andere Kleber, aber ich fand den Kleber jetzt an sich vollkommen in Ordnung. Der hat auch gut gehalten. Und ja, ihr seht schon, ich habe jetzt hier immer links und rechts dann jeweils noch was übrig gelassen. Das seht ihr dann auch später noch. Das heißt, da habe ich dann wirklich das Ganze auch umgeklebt. Aber wie gesagt, das kommt noch später, wenn ich dann fertig mache. Aber ansonsten, ich mag das Ergebnis wirklich sehr gerne und freue mich da eigentlich, dass ich das ausprobiert habe. Ich habe auch noch eine zweite Variante mit ein bisschen anderen Sachen ausprobiert. Die lade ich dann demnächst noch hoch. Ich muss noch sehen, ob ich es vielleicht gleich demnächst gleich mache oder ob ich vielleicht einen Moment warte, damit ein bisschen Ruhe, damit es auch ein bisschen was Neues ist und nicht alles gleich hintereinander kommt. Ich hatte es auch erst überlegt, ob ich es in einem Video packe, aber so richtig wollte ich es dann auch nicht und dementsprechend ist es genau so richtig, wie es jetzt ist. Genau. Ansonsten, ich probiere aktuell immer so ein bisschen was aus und habe aktuell ein bisschen Zeit und kann mich da ein bisschen austoben und habe dadurch ein paar Sachen jetzt schon in petto, wo ich mich sehr gefreut habe, dass ich die jetzt angegangen bin. Ein größeres Projekt, da muss ich noch sehen, ob ich vielleicht sonst zwei Teile draus mache. Ich muss mir das Video Material nochmal anschauen, weil bei meinen Videos ist es ja, dass ich immer nicht ganz so viel wirklich rausschneide. Manchmal gehe ich höchstens mit dem Tempo hoch, will euch aber eben wirklich zeigen, wie ich es mache, was ich mache und es ist immer schade, wenn ich es dann rausschneide. Und dadurch muss ich schauen, was das Videomaterial so hergibt, sonst muss ich es in zwei Teile packen. Habe ich glaube ich so noch nie gemacht. Muss ich mal schauen. Und ja, wie gesagt, habe noch andere Sachen, die ich gerne jetzt ausprobiere, weil es sich gerade zeitlich anbietet. Und ja, hier seht ihr übrigens gerade, da war ich dann eben auf dem Pinsel umgestiegen, was sich viel, viel besser gemacht hat. Da so ein bisschen schauen, dass es vielleicht nicht extrem dick jetzt ist. Ich habe jetzt, ein, zwei Striche waren jetzt, wo das dann ziemlich dick war, aber das war dann auch vollkommen in Ordnung und hat sich auch gut kaschieren lassen später dann. Und ja, ansonsten, falls ihr sonst Fragen habt oder so, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Egal, was es betrifft, falls ihr was von mir wissen wollt oder falls ihr etwas zu bestimmten Projekten wissen wollt, entweder direkt unter das Video, was es betrifft, gerne reinschreiben. Ihr könnt natürlich auch allgemein reinschreiben, wenn ich irgendwas für euch ausprobieren soll, was ich sehr gerne dann mache. Ich habe manche Sachen, die ich sehr gerne ausprobiert habe und dadurch sind auch sehr schöne Projekte entstanden und freue mich da immer, wenn ich dann so ein bisschen mich austoben darf, beziehungsweise mir auch Gedanken darüber mache, wie kann man diese Frage jetzt beantworten und umsetzen. Und ja, dementsprechend ist das, glaube ich, immer eine wunderschöne Variante, wenn wir uns damit austauschen. Und deswegen schreibt da gerne rein. Ich freue mich sehr drüber und hoffe immer, dass euch die Videos dann auch gefallen. Wie gesagt, die Videos mache ich immer gerne für mich auch, weil ich natürlich manche Sachen gerne auch nochmal wissen will. Wie habe ich sie damals gemacht? Würde ich sie jetzt anders machen? Vielleicht sollte ich mir auch mal alte Videos rausschauen und gucken, ob ich die jetzt anders machen würde. Und aber das muss ich erst nur überlegen. Ich habe ein anderes Projekt, was ich gerne noch machen möchte und also auch ein anderes Format. Und aber da muss ich nochmal schauen, wie ich es am besten umsetze. Und ich kenne es, dass manche Sachen vielleicht auch uninteressant sind. Ich habe bei manchen Sachen auch schon überlegt, ob ich nicht einfach einen zweiten Kanal aufmache und da dann so eine Sachen mit reinnehme, muss ich aber gerade schauen. Ich wollte ja, aber ursprünglich hatte ich auch mal überlegt, ob ich die Musik und das Basteln trenne. Aber ich fand es eigentlich immer eine schöne Kombination, weil man dann immer sieht, wie viel Freizeitgestaltung mal einfach alles möglich ist. Also es gibt ja so viele Sachen, was man machen kann in seiner Freizeit. Der eine bastelt, der andere lesen. Es gibt ja auf TikTok dieses BookTok. Und dadurch ist das irgendwie, ich finde es aber total spannend, wenn dann so ganz viele unterschiedliche Sachen. Das ist ja auch bei Büchern, da gibt es so viele Genres, die da einfach gibt und man kann ganz viel lesen. Ich lese auch mittlerweile, bin ja jetzt, ich glaube ich lese jetzt seit anderthalb Jahren wieder. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal angefangen, wieder Bücher zu lesen, was ich unglaublich schön für mich finde, dass ich da wieder rangekommen bin. Ich habe irgendwann spontan 2014 oder 2015, ich weiß es gar nicht, habe ich irgendwie aufgehört mit Lesen, und für mich passte das da nicht, ich konnte es irgendwie nicht. Und dadurch bin ich jetzt wieder ran und freue mich da einfach, dass ich da ganz viel mich wieder austoben darf. Und eben auch sehr unterschiedliche Genre dann nutzen darf. Und habe auch schon ein Genre, wo ich dachte, hätte ich nie gedacht, dass ich das jetzt lesen würde. Ich weiß gar nicht, ob es so ein Genre vorher schon gab, jetzt heutzutage heißt es New Adult. Und ansonsten lese ich halt viel so Thriller und Krimi und freue mich da eigentlich immer sehr, mich da durchzustimmen, wer könnte denn der Täter sein. Ihr seht schon, hier habe ich jetzt die Enden, die ich vorher übrig gelassen habe, an die Seite aufgeklebt, damit das halt dann dementsprechend sich auch homogener gut einfügt in dieses Bild. Ich weiß nicht, ob jemand das so sieht, was für mich so der Hintergedanke war, es hat sowas von einem Zen-Garten. Es gab mal eine Zeit, da haben viele so ein Sand-Tablett bei sich auf dem Tisch irgendwo stehen gehabt, mit so kleinen Haken und so Sachen und dann haben die halt ihre Muster dort in diesen Sand reingemacht. Ich fand das immer sehr spannend, weil man da so schöne Sachen mitmachen kann. Es gibt so viele schöne Möglichkeiten, da irgendwie Struktur reinzubacken. Und hier seht ihr, ich habe die angeklebt, musste immer mal wieder nochmal nachgehen, weil zum Teil eben durch Bewegung oder so ist es dann halt ein bisschen anders geworden. Aber eben auch die Ränder halt kleben fand ich total spannend. Also es hatte sowas Meditatives jetzt zu machen. Und auch, ich habe ein zweites Bild ja, was ich gemacht habe, auch das fand ich total spannend und habe dann mit anderen Materialien auch gearbeitet und hatte dann zwischendrin immer gedacht, warum mache ich das eigentlich? Aber ihr werdet sehen, ich werde es euch auf jeden Fall hochladen. Und diesmal soll es halt wirklich erstmal bei dem Bild jetzt bleiben und werde dann demnächst dann, wie gesagt, das zweite hochladen. Und dadurch, da ich ja einmal in der Woche meine Videos hochlade, ganz selten mal zwei, also vom Basteln her ist das immer eine ganz gute Möglichkeit. Ich habe halt oft nicht die Möglichkeit, mehrere Videos hochzuladen. Für mich ist es ein Hobby, ich mag es gerne, was so ein bisschen entstanden ist. Ich habe früher schon sehr viel gebastelt, aber habe dann jetzt irgendwann zu Corona-Zeiten, als das losging, da ging es halt los mit dem Basteln konkret und halt auch mit dem Film, dass ich das dann hochlade. Das Film selbst habe ich vorher schon gehabt, weil ich seit 2017 gehe ich oft bei Bands auf die Veranstaltungen, kleine Locations in der Regel, keine großen Hallen, da gehe ich nicht so gerne rein und habe dann dort die Auftritte mitgefilmt. Mal mehr, mal weniger gibt Bands, wo ich sehr gerne auch den ganzen Auftritt filme. Ich mache mir dann daraus immer die MP3s dann auch. Ich höre ja viel noch MP3s und dadurch ist es für mich eine unglaublich schöne Variante, mir da die Erinnerung auch zu schaffen und immer wieder in das Erlebnis mit einzutauchen. Hier schneide ich jetzt die restlichen Enden ab und das ging auch relativ gut. Das hat dann auch gut geklappt mit dem Kleben. Also dadurch kann ich euch empfehlen, ich fand es jetzt nicht schlecht vom Kleber her und dadurch ist es glaube ich eine Möglichkeit. Ich würde es wirklich, falls ihr da nicht irgendwie in den Händen mehr Kraft habt als ich oder das bei euch mit eurem Kleber besser funktioniert, würde ich euch tatsächlich die Variante mit dem Pinsel empfehlen und dadurch dann das Ganze so ein bisschen für euch leichter machen. Während ich jetzt hier noch schnippel, ihr dürft, wie gesagt, sehr gerne Kommentare reinschreiben. Ihr dürft aber eben auch gerne ein Däumchen nach oben reinklicken oder halt ein Abo. Also wir sind aktuell bei einer Schnappzahl. Es kommen und gehen aktuell immer wieder mal Abonnenten. Also es kann sein, dass die Zahl jetzt schon nicht mehr aktuell ist, aber aktuell waren es 777. Gestern Abend hatte ich noch 778, aber wie gesagt, es kommen und gehen ganz viele im Moment. Also teilweise, wenn es dann irgendwie einer weg war, dann kam kurz danach der nächste und also dadurch bin ich da relativ entspannt. Wie gesagt, ich mache es als Hobby und freue mich eigentlich über jeden, der da ist. Und wie gesagt, ich habe eigentlich mit der Musik angefangen und ich gucke mal, ob ich demnächst mal wieder bei meinen Gesangskünsten meine Kamera mitnehme. Ich muss aber dazu sagen, singen ist nicht meine Stärke, aber ich liebe es ungemein. Also auch das ist etwas, was man so schön in der Freizeit machen kann und freue mich da eigentlich, dass das so ein Gefühl dann eben auch verursacht und dass man dann so ein bisschen Freiheit und Entspannung erlebt. Hat mir sehr viel geholfen. Es gab mehrere Möglichkeiten da schon, wo mir die Musik sehr geholfen hat, in jeglicher Sicht, aber auch das Basteln und probiere es einfach gerne aus. Es lohnt sich. Ja, hier mache ich jetzt die restlichen Enden, damit die später nicht so richtig ausfransen. Das macht Sinn, das ist sowieso, also ich habe ja auch eine Makramee Ampel gemacht, also was, wo die Blume, so ein Blumentopf dann reingehängt wird und da war unten, dass man dann halt eben das Ganze auch ein bisschen ausbürsten kann. Bin ich jetzt kein Fan, deswegen finde ich es jetzt hier auch vollkommen in Ordnung, dass ich das Ganze so ein bisschen fixe und das Ganze dann eben dementsprechend nicht ausfransen kann. So, hier seht ihr schon mal das weiße Ergebnis. Ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich es so lasse, weil ich das so auch wirklich schön finde. Ich glaube, das ist so ein Materialmix, den ich halt sehr gerne mag. Ich mag generell ja auch bei Anziehsachen sehr gerne so Materialmixmöglichkeiten und habe, weiß ich nicht, Lederimitat mit irgendeinem anderen Stoff oder ähnlichen. Und ich liebe es halt sehr und habe ganz kurz überlegt, aber habe mich dann doch entschieden, erstmal in Richtung der Inspiration, wie ich es jetzt gesehen habe, zu machen und habe dann also mit Farbe drüber dann das Ganze nochmal gemacht. Ich habe mir so einen kleinen Stupfen, so einen Schwammstupfen genommen und habe damit dann das Ganze auch eine schöne Textur aufgegeben, was ich sehr schön fand. Und ich mag auch Texturen halt sehr gerne, was eben dem Materialmix ja eben auch mit entgegenkommt. Aber das ist halt immer so etwas wunderschön Angenehmes, wenn da einfach so viel, wo man selber auch schauen kann, was sagt dieses Bild, was, also jetzt unabhängig davon, ich will da reden ja nicht, aber was sollen sie ausdrücken oder was gibt es alles zu entdecken auf einem Bild. Und dadurch war das für mich jetzt eine unglaublich schöne Variante. War ein bisschen natürlich auch aufwendig, weil man musste die ganzen kleinen Stellen erwischen, damit halt dann nichts weiß bleibt. Man hätte es auch vorher schon ausmalen können. Wäre auch eine Variante gewesen, dass man erst die Leinwand malt. Also da gibt es so viele Vorgänge, die man machen kann und also tobt euch da gerne aus. Ihr könnt es einfach auch viel, viel anders machen und wie gesagt die Leinwand vorher bemalen und dann ein Muster drauf machen mit dem Makrameegarn. Ist also wirklich eine wunderschöne Möglichkeit, sich da kreativ auszutoben und dem Ganzen dann ein schönes eigenes Bild zu geben. So ein wenig habe ich euch das Ganze rausgeschnitten, damit es halt nicht ganz so langwierig ist. Ich wollte es jetzt auch nicht extrem vom Tempo her hochziehen. Deswegen glaube ich, ist das eine gute Möglichkeit jetzt gewesen. Ihr seht schon, bin schon weit fortgeschritten und habe da so ein bisschen eben... Ich höre nebenbei übrigens immer noch meine Hörbücher. Nur so, falls sich einer gefragt hat, ob ich das immer noch mache. Ich höre auch aktuell immer noch ein Hörbuch, was ich schon kenne. Mache ich aktuell sowieso immer sehr gerne, weil ich gerade beim Basteln ja doch immer meine Konzentration auf zwei Ebenen dann haben muss, aufs Hörbuch und aufs Basteln und dadurch bieten sich einfach Hörbücher an, die man schon kennt oder die man auch eben gerade auch schön findet. Hier seht ihr auch die Struktur, die durch dieses Schwämmchen passiert und ich mag es sehr, wenn es da so funktioniert. Ich hatte dann auch versucht, so ein bisschen mit Glitzer zu machen, habe es aber dann auch nur ganz zart gemacht und mehr jetzt aber auch nicht. Und jetzt seht ihr gleich nochmal ein Bild von dem Ergebnis und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt vielleicht ein paar Ideen jetzt bekommen, was ihr gerne mal ausprobieren wollt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder und bis bald. Tschüss!